So, das war jetzt erstmal die Time-Wips für jetzt. Ihr habt vielleicht gesehen, da unten ist ein kleiner Weg entstanden. Ein bisschen mit Terraforming auch gemacht, dass ich da halt das Haus drauf bauen kann. Und oben habe ich die Schneemaschine versucht umzubauen. Aber das funktioniert leider noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das baue ich mir jetzt noch alles eben um. Nein, da nicht, sondern hier. Da brauche ich mal ein paar mehr Hopper. Zack, zack. Vier werden auch nicht rechnen. Ich denke mal, ich brauche neun. Warte mal, eins, zwei, drei. Ja, ich brauche heute neun brauchen. Sieben. Acht. Shit, dann reicht das mal eisernig dafür. Gibt es doch nicht. Zack, zack. Und neun. Optimal. Nimm ich mal eine von... Ne, nicht von den Kisten mit, sondern... Mach das anders. Und geh nochmal da hoch. Und ihr seht hier schon, das Ding arbeitet schön. Das Problem ist, dass die Schaufeln einfach von hier nicht da wieder reingezogen werden. Jetzt muss ich auch noch irgendwie gucken, wie ich das hinkriege. Ich hätte gar nicht neun Hopper gebraucht. Shit, naja, egal. Was soll's. Die Hopper kommen nämlich jetzt alle schön hier hin. Die sollen dann hier zu... hier in der Barrel kommen. Oder ich weiß nicht, wo die Barrel hin soll am besten. Ich würde mal schätzen, nicht da hin, sondern eher so hier so hin. Dass man hier so einen kleinen Weg nach unten baut. Zack, zack. Dann bauen wir die Barrel mal eben ab. Setzen die doch mal nach hier unten. Dann können wir sie wieder mit Schnee befüllen. Zack, zack. Optimal. Und dann werde ich hier zwei Trichter dran klatschen. Schneemann bitte fall jetzt nicht runter. Ne, der Schneemann wird gleich runterfallen. Hundertprozentig. Ne, wir müssen es irgendwie so machen, dass er nicht runterfällt. Wir werden das irgendwie hinkriegen. Zack, dann hier einen Block hin. Sneaken und... ...da den Trichter dran. Perfekt. Schneemann gehen wir eins weiter nach da hinten. Was hab ich jetzt abgebaut? Lol. Hat irgendwas abge... Ah, die Fackelte wahrscheinlich. Ja, macht Sinn. Ja, dass sich das immer wieder so schnell aufbaut. Können wir das gar nicht abbauen, da. Dann machen wir es einfach so. Und so. Dann packen wir nämlich hier den anderen Hopper noch wieder dran. Auf der anderen Seite wird das ein bisschen komplizierter. Müssen wir uns dann kurz mal hier zwei runtergraben. Oh ne, und dann kommen wir direkt... Ah, shit, das ist natürlich jetzt blöd. Komm, hier. Schneeblock. Wieder nach oben klettern. Tillim, Tillim, Tillim. Oben sind wir. Ähm, wir können dann hier... ...geben... ...und da ist der Schneemann down, oder? Es kann so gut sein, dass der Schneemann jetzt tot ist. Warum auch immer der Schneemann jetzt tot ist. Naja, was soll's. Da sneaken wir jetzt und packen das Ding da dran. Optimal. Und da kommt auch nochmal alles wieder hin. Dann brauchen wir noch zwei Trichter mehr. Nicht einen, der hier in die Barrel geht. Und einen, der hier in den Trichter geht. Optimal. Hier können wir auch noch einen einfach hinsetzen zur Verschönerung. Zack. Passt schon. Da muss jetzt ein bisschen Material drin sein, war auch klar. Hier noch ne Fackel hin. Und natürlich ist der Schneemann jetzt leider tot. Bin ich ein bisschen blöd jetzt. Aber wir haben ja... ...können jetzt hier einen neuen Schneemann bauen. Oh, Mist. Okay. Okay. Lol. Jetzt brauchen wir ein bisschen Schnee. Zack. Den mal eben zu Schneeklumpen machen. Und einen neuen Schneemann entstehen lassen. Wo haben wir denn Kürbisse? Also Kürbisse hatten wir auch auf jeden Fall. Da sind sie doch. Zack. Ich hoffe mal, es funktioniert dann auch so. Zack. Ein neuer Schneemann. Oh, hey. Er macht Schnee. Er macht keine Schneeplattform, kann das sein? Da kann er jetzt raus, normalerweise. Ne, ich glaube, er macht keinen Schnee. Das ist ein bisschen blöd. Aus dem Trichter macht er keinen Schnee. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Und dann geht das nicht immer alles optimal da rein. Ja, komm Schneemann, du mich auch. Tschüss. Zack. Dann ist das nämlich hier. Das ist jetzt das Schnee-Dings, den es hier gibt. Und der Trichter soll dann da rein zeigen. Und hier wird dann wieder ein Schneemann hingebaut. Natürlich habe ich jetzt keinen Kürbis mehr dabei. Aber ich kann auch einfach nach hier oben gehen. Zack machen. Das hat mir dann nämlich Schnee gegeben. Wenn ich jetzt auf Dings-Klick mache, baut den Schnee wieder ab. Optimal. Und der Schneemann kriegt keinen Schaden. Das ist ganz gut. Weil der Schnee halt immer wieder direkt dahin geplantet wird, wo der Schneemann halt steht. Wenn ich da jetzt aber in diesen Dings eine Schaufel reintue, dann kommen da Schneebälle raus. Man sieht, dass es hier geht schon schneller. Und man sieht auch, dass hier sich das Ding langsam füllt. Das ist auf jeden Fall schon mal optimal. Das Problem, was ich jetzt aber noch sehe, ist, warum das Ding einen Ausgang hat. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Normalerweise müsste man doch hier die Schaufeln reinfüllen können, oder nicht? Vielleicht auch mit dem Trichter irgendwie. Das wäre natürlich auch optimal, wenn man das mit dem Trichter einfach machen könnte. Setzen wir doch einfach mal hier im Trichter dran. Und bauen mal eben diese Konstruktion hier ab. Ich hätte jetzt gleich ganz viele Schaufeln hier in dem Trichter drin. Ja, zwei Stück, aber das geht ja noch. Und bauen die Kiste hier hinten wieder auf. Obwohl sie sich dann verbindet mit der... Ah, na toll. Das macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache... Jetzt geht da nichts Falsches irgendwie rein. Zack, zack. Aber der nimmt da auch nicht an. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen sehr, sehr blöd. Dass er das jetzt nicht annimmt. Weil es ist hier sogar in den Raum drin, wo es reinkommen sollte, könnte. Und der ist dann an, wenn es dann durch seine Cobblestone-Leitung da reingefüllt wird. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Ich glaube, aus diesen Dings mache ich schon dann eine komplette Folge. Das gibt es doch nicht. Also das Ding erstmal wieder weg. Zack, zack. Dann Cobblestone-Rohr hin. Wenn ich dem jetzt sagen würde, komm, ziehen wir da raus. Ah, macht er auch nicht. Macht er gar nicht erst. Da steht auch noch eine Barrel vor und pipapo. Hier sind jetzt auch schon das Schaufeln drin. Jawoll, sind es auch mal wieder. Was dumm ist, dass wenn ich da eine Wooden-Pipe insetze, sie muss dann bepowert werden und pipapo. Das ist ein bisschen blöd. Man sieht auch hier, das ist nicht gerade so effektiv, weil hier kommen ganz, ganz viele Stäbele auch einfach nicht da rein. Gibt es nicht irgendwas wie einen Vakuum-Hopper oder sowas? Vakuum-Hopper. Oh, Open Blocks. Nice. Das bauen wir jetzt einfach mal. Ein Obsidian ist ja jetzt nicht ganz so teuer. Ein Obsidian und eine Ender-Perle. Das müssten wir haben. Hopper haben wir auch noch im Inventar. Wo haben wir denn jetzt eine Ender-Perle? Ender-Perle, Ender-Perle, Ender-Perle. Ah, nicht da, sondern ein höher. Genau. Ender-Perle und ein Obsidian. Oha, sieben Stacks einfach. Einfach mal sieben Stacks. Das ist echt heftig. Ich brauche nur einen. Zack. So. Ähm. Dann Hopper, Obsidian und Ender-Perle. Vakuum-Hopper. Und wohin liefert ihr das ganze Zeug dann? Das ist jetzt die Frage, ne? Von wie brauche ich das Ding wieder ab? Achso, gut. Okay, jetzt zieht das sogar von hier bis nach da. Okay, das ist echt heftig. Okay. Ich brauche es nochmal wieder ab. Dann kann ich die ganze Collage hier auch abbauen. Dann mache ich hier nämlich wieder ganz normalen Stein hin. Da ist wieder die nächste Schaufel kaputt. Sehr schön. So, zack zack. Die Schneewelle können wir auch immer wieder hier reintun. Aber das Problem ist auch, dass es extrem schnell voll sein wird, denke ich mal. 1074 Items. Das kann man ja gerade mal rein. Müssen wir vielleicht eine größere Barrel oder so hinkriegen. Ähm, aber dann Vakuum-Hopper. Stellen wir jetzt einfach mal hier so drauf. Und sagen ihm, dass er doch bitte nach dahin ausgeben soll. Er macht es automatisch optimal. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wenn die jetzt nach hier landen, dann sind die trotzdem an, oder? Ja, die landen jetzt automatisch immer alle in einem Vakuum-Hopper. Ja, das ist natürlich praktisch. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Und jetzt müssen wir noch irgendwie das Problem beheben, dass hier die Schaufel einfach da reinkommen. Und die Schaufel müssen ja nicht von hier, von der Kiste hier oben halt den das Teil unten rein, aber das will er ja nicht. Weil das ist ja nicht Eingang, so. Naja, falsche Seite, aber das ist hier. Ne, auch falsch. Hier? Ja, hier ist richtig, genau. Hier müsste er jetzt eigentlich Eingang sein, genau. Normalerweise müsste man sich dann die Dinger einfach da rausziehen, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Zack. Tut er aber nicht. Nein. Jetzt bräuchte man noch einen Autopacker oder so, damit das automatisch zu Blöcken gemacht wird. Meatpacker. Wieso Meatpacker? Verstehe ich nicht. Kann er ja nur Meatpacken, oder was ist da los? Wieso Meatpacker? Mein Factory Reloaded. Ich baue den, glaube ich, einfach mal. Das wird schon eine ziemlich lange Folge. Ich meine, ich beende die Folge hier mal, an dieser Stelle. Ihr seht ja, dass hier schon alles wunderbar funktioniert. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Man sieht sich. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Checkt die anderen Kanäle aus. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Bye, bye. Bye. Okay.